So Freunde, heute geht es weiter. Ich habe gespeichert und habe mein Ding sortiert. Und hier übrigens, hier unten in der Ecke, da sieht man noch das rote Podest, war auch wieder so ein Raccoon-Wackelkopf. Den habe ich zerschossen. Und ich habe doch vorher schon mal irgendwo einen gesehen. Und wusste nicht, dass man die zerschießen muss. Mistkäse. Ja gut, weil wenn man die alle zerschießt, dann kriegt man irgendeine Belohnung oder so. Also weiß keiner. Na gut, okay, da war einer, die noch nicht zerschießt. Gut, ich habe sortiert und gespeichert. Und man sollte jetzt die Sicherung, die war da auf dem Stuhl hier drin, nebenan, die brauchen wir. Und die Kurbel brauchen wir noch. Und den Schlüssel brauchen wir noch. Und den Film müssen wir noch entwickeln in der Dunkelkammer. Und wir müssen jetzt die Sicherung hier einsetzen an dem roten Tor. Und dann müssen wir wieder zurück hier rein, erst mal. Und dann könnte man storymäßig da oben weitermachen. Aber man könnte jetzt auch, weil wir jetzt den Karoschlüssel haben, in die Wäscheklammer, Wäschekammer reingehen. Und da den zweiten Tresor holen, damit wir da im Schließfach die zweite, die letzte, die zweite Taste, also eine Taste. Wenn du die eine schon hast, kriegst du hier im Wäscheraum mit dem Karoschlüssel die zweite Tresor. Und dann die Taste und dann kannst du hier Schließfach, also wir müssen Dunkelkammerfilme entwickeln, Schließfach, Wäschekammer, dann Schließfach und Aktenraum. Da brauchen wir aber einen Kreuzschlüssel, aber den haben wir noch nicht. Ne, wir haben den Karoschlüssel. Also jetzt müssen wir aber erst mal da um die Ecke die Sicherung einsetzen, damit wir zurückkommen und da wird es happener, oder? Ja, ich komme nicht mehr. Machen wir das? Ich komme nicht mehr. Hier haben wir gespeiert, haben wir. Also hier um die Ecke, da hinten, da die Sicherung einsetzen. Jetzt, warte, Bretter, warte, habe ich nicht Bretter? Ah, Bretter, warte. Vernageln, das kann man jetzt vernageln. Na gut, wir haben noch Bretter, oder? Ich glaube, es ist doch noch Bretter. Habe ich noch Bretter? Dann mal rein da, kann man jetzt vernageln. Kann vielleicht nicht schaden. Sagen wir, kommen die alle vernageln? Ich weiß, wie viele Bretter haben hier. Man kann vielleicht nicht schaden, oder? Mehr Bretter habe ich nicht mehr. Da kann man nicht vernageln. Aber eins ist schon mal vernageln. Mehr Bretter habe ich nicht mehr, gell? Jetzt speichere ich aber noch mal, komm, mehr. Keine Bretter mehr. Da links kann man übrigens anscheinend so viel reintun, wie man will. Ich dachte, das ist begrenzt, aber da kann man, da kommt immer ein neuer dazu, Speicherplatz hier. Aber ich habe keine Bretter mehr. Jetzt speichere ich aber noch mal da drüber. Über 27.01. ist heute, gell? Das ist 558, ja, das ist der, da speichern wir mal drüber. Weil das ist, glaube ich, begrenzt, oder? So, jetzt haben wir vernageln. Jetzt gehen wir da rein. Komm, das habe ich aber keine Bretter mehr. Sind da keine Bretter mehr? Aha, da kommt schon einer. Kommt schon einer. Ah, komm. Kommt her. Jetzt kommt von da auch noch weiter. Mensch, die wackeln so, die Döten. Der kommt auch wieder her, oder gut? Ah, nee. Komm her. Komm her. Ah. Nur so da die Sicherung. Aha. Einsetzen. Jetzt die... Ah. Kommt der. Ja. Jetzt geh rauf. Ah, komm raus. Oh, nee. Ah, der ist wirklich tot. Ah, komm. Ah. Ah. Oh, nee. Raus, komm her. Ah, schnell grau. Ich habe kein Kraut. Ah, nee. Ich habe kein Kraut mehr. Ich muss zum Speichern. Jetzt haben wir aber... Komm her. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich hätte ein Ding mitnehmen müssen. Oh, jetzt geht der Radio... Oh, Entschuldigung, ich will eine kurze Pause machen. So. So. So, Freunde. Jetzt, pass auf, haben wir jetzt alles halbwegs, warte, nachladen, da ist nachladen, da ist nachladen, da ist nachladen, Kurbel brauchen wir noch, das da, Film entwickeln, jetzt nehmen wir aber nochmal ein Kraut mit, hier komm her. So, jetzt aber Verspeicherung, die da drüber, oder, 613, so, wir haben jetzt erstmal, ich bin gesund, oder, da drüben, ja, da ist noch eine Blendgranate, sollen wir die noch holen, dann ist das weg hier, vernagelt, ja, ich hab keine, wo sind denn da noch Bretter? Sollen wir schnell die Blendgranate noch holen, aber ansonsten haben wir die Ecke jetzt, da rennt einer rum, die Ecke jetzt fertig, oder? Kann man die Blendgranate noch holen, damit das weg ist, sind da keine Bretter mehr, verdammt, na gut, jetzt haben wir aber wenigstens dann das Ding abgegrast, dann haben wir die in der, also man kann anscheinend in der, in der Tarbox unendlich viel speichern, äh, also, jetzt haben wir die Blendgranate mal weg, siehste, jetzt gehst du da wieder ein Platz mehr, so, jetzt ist der Raum abgegrast, siehste, jetzt ist er grau, jetzt ist er alles grau, da waren wir vorhin, haben gespeichert, da war der Wackelkopf, da können wir noch ein Fenster verwenden, wenn wir den Bretter hätten, und jetzt könnten wir den Film, geschweichert haben wir, gell, ich hab nochmal geschweichert, jetzt können wir den Film entwickeln, dass wir den mal weg haben, oder, was ist da, der Kollege ist weg, gell, den gibt's nicht mehr, da geht's wieder runter, ach, da ist jetzt zu, hier, ne, Ah, ist der jetzt ein Zombel, na, Zombel, na, wo kommt, oh bitte, ich muss den jetzt umhauen, und jetzt gehen wir mal in die Dunkelkammer, da ist es jetzt zu, oder wie, da ist es jetzt zu, na, ich komm jetzt durch die Leiter rein, jetzt müssen wir mal schnell die, Wo ist die, ah, nee, ah, komm her, ah, komm, oh, scheiße, ist der jetzt weg? Ist der jetzt weg? Gar nicht mehr, der hat was, komm her, oh, ist das spannend, Mist, ja, toll, jetzt bin ich schon wieder kaputt hier, ne, doch nicht, müssen wir aber schnell in die Dunkelkammer, Ist da auch ein Speicher drin, warte, da ist auch ein Speicher drin, ich kann nicht mehr, jetzt müssen wir schnell den Film entwickeln, äh, was war denn da noch, ach so, Film entwickeln, komm her, äh, nutzen, oder, spinnt in 3F, ach so, den haben wir aber schon, DCM, Ähm, warte, hab ich das, kann man das, den hab ich aber schon, glaub ich, DCM haben wir schon, glaub ich, oder, warte, ich schreib's mal, Spaß ist aber auf, äh, spinnt in 3F, den, ach so, den könnten wir ja, den, ich schreib's mal 3F, den haben wir aber schon, DCM, na, aber dann ist der Film weg, verstehst du, äh, 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 siehst du, jetzt ist der Film weg, jetzt haben wir wieder Platz hier, jetzt haben wir nix mehr zu entwickeln, ja, ne, na gut, Werkbank, Fallout, ich bin Fallout geschädigt, jetzt können wir speichern, das ist aber nicht, speichern, sonst brauchen wir nix mehr machen, ne, also Munition, Flindenmunition, Eilcouch, eh, komm, ok jetzt können wir speichern oder da haben wir darüber wenn jetzt noch mal so ein viel kommt jetzt müssen wir in die wäsche kam also ja also karl schlüssel habt ihr nur die möglichkeit die wäsche kammer im zweiten stock zu entsperren da gehen wir jetzt hier die treppe auf oder und dann sind dann gehen wir durch den dusch raum müssen wir dann und dann darüber jetzt kommt wieder so ein viel durch den dusch raum worte war da nicht noch nebenan ist noch ein scheiß putzen schießpüger da drin auch da drin ist auch noch zwei ja ich habe aber keinen muss ja den tresor jetzt nehmen jetzt warte was ist da alles drin wieder blendgranate erste hilfe spree schießpulver kraut jetzt gehe ich mal hoffentlich kommt jetzt kein das ist der ist aber schon hin oder das war einer von den bösen vorsichtig aufenthaltsraum scheißpulver habe ich hochwertiges weil ein hochwertig jetzt kommen ja jetzt kommen den wegschmeißen oder jetzt kommen wir jetzt kommen ja so jetzt war sofort sagen wir jetzt schrot finden munition habe ich hochwertiges scheiß das kann ich mein inventar nicht sehen doch du bist jetzt müssen wir den tresor lösen worte also jetzt kann man den den entsorgen weil der ist habt ihr genau roter haken also kann man den wegwerfen so war jetzt muss ich den tresor lösen oder und dann kann ich unten aufenthaltsraum ist noch mal schießpüger menschen jetzt kommen so jetzt holen wir das auch noch so hier sind wir wo geht es denn da rein in die bibliothek hoch oder jetzt müssen wir den tresor lösen oder und dann können wir die jetzt müssen wir den tresor lösen freunde da muss man sich ein bild malen jetzt warte da muss ich jetzt ein bild malen moment also komm her es ist nicht schwer so gut jetzt passen wort untersuchen so also jetzt musst du aufschreiben passen wort also taste 1 1 macht die den an so jetzt warte dass der 1 macht den an so jetzt müssen wir alle durchprobieren zwei macht den an 2 das macht den an 3 macht dann das da macht den an 4 macht also ich nummeriere es jetzt so durch und schreibt mir das auf den zettel auf das macht 4 an so jetzt gehe ich da oben also jetzt mache ich den wurscht weh also das 5 ist auf das macht den an 7 das ist nämlich bei jedem anders also du musst das angeblich ist es bei jedem anders und 8 macht den an so und jetzt müssen wir jetzt muss das entgegen dem uhrzeigersinn der reihe nach einschalten das heißt 8 8 damals an jetzt müsste das umkommen das ist bei mir 4 4 siehste jetzt muss ich den nächsten das ist bei mir 5 5 siehste jetzt muss ich den das ist bei mir 5 siehste dann muss ich den das ist bei mir 2 dann muss ich den das ist bei mir 7 und jetzt noch den das ist bei mir 3 siehste also ist nicht schwer geht auf rucki zucki jetzt geht das ding auf und wir haben ein die zweite taste die haben wir da rein so haben wir die drüben besser und jetzt können wir in denen können wir zurück in den schließfach haben da gehe ich jetzt einfach wieder zurück da wurde eine da kommt anscheinend hoffentlich keiner mehr war da drin nicht noch ja ich kriege jetzt dann gleich zwei plätze worte war hier nicht irgendwie war denn der andere drecksackelkopf da ist er ich glücklicher da ist er das ist jetzt mein dritter die erste war am schießstand hinten am schießstand in der tiefgarage der zweite war da beim speichern also in meiner reihenfolge war der zweite da im pausenraum nebenan und der dritte ist jetzt hier bei mir im da im stars büro was ist denn das alles gelbe scheißpulver das machen wir jetzt mal kombinieren wir jetzt mal zu schrot munition warte und das können wir jetzt auch kombinieren so jetzt können wir die schuhe trinken wieder nachladen ja die ist ja schon nachgeladen da war der siehst du da wusste ich es doch gar nicht mehr jetzt haben wir die taste jetzt mache ich nicht mal pause so müssen wir die taste das ist jetzt hier alles optional kann so eine grün und rot könnte ich ein medipack machen mit grün und rot kann ich das machen g und r grün und rot so was haben wir noch im angebot da war noch ein medipack kommen ja ja silviespray das nehmen wir jetzt auch noch wie viel haben wir zeug haben wir jetzt hier noch eine blendgranate weil im normalfall kriege ich jetzt die gürteltasche und dann habe ich wieder zwei plätze also mit der taste toni taste da drin war aber schon da ist jetzt daumen drücken dass ich in den link reinkommen dass ich in denen dies auch schrottfrei rechts um die ecke oder jetzt wird so ein großer wieder kommen komm rein na basta jetzt kommen wir jetzt kann ich alles aufmachen jetzt warte jetzt brauchen wir eins warte erst die gürteltasche ok das ist 203 oder und ich mach der mich auf also 2 2 0 3 enter ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr das müsste auch eine erugenschaft geben oder komm mach auf ah kücheltasche hallo so jetzt können wir ne warte was müssen wir noch jetzt können wir 1 0 3 und dann haben wir hier fertig das da hinten hat man schon das war mit der halbe jetzt weiß ich erstmal 11 3 oder? 1 0 3 oder? 1 0 3 oder? 1 0 3 oder? 1 0 3 oder? 1 2 3 und dann? jetzt haben wir hier aber fertig ist ja kein wackelkopf und grün roh grau mag nicht mehr jetzt haben wir den fertig also da ist noch eine blendgranate da in dem da waren wir sind kreuz jetzt haben film haben wir entwickelt die zing haben wir und wie spät haben wir spät haben wir denn wir haben noch 15 minuten gut nach einer kurzen also wir haben alles kaoschlüsselwäschekammer schließfach raum weitere gürteltasche so jetzt haben wir aber zwei plätze wieder wahnsinn gibt es da jetzt noch gürteltaschen oder was das jetzt gut in der lösung umgeblättert so also jetzt müssen wir wieder in die haupthalle da läuft der kollege rum also gut da steht jetzt man kann also wir müssen wieder in die haupthalle zurück kommt keiner wort jetzt gehen wir aus da rein oder da drin haben wir alles sie sind nur noch da die print kann hatte doch zwei print kann hatten die kann man kombinieren auch die medipex nicht oder wie was so ist gut jetzt haben wir aber ja alles grau unten das sind die zellen tüerschalt dabei da müssen wir nachher noch hin da haben wir erst mal alles ja da fehlt noch da dieser usb stick da müssen wir ihm und da ist der wagenheber den haben wir auch nicht da müssen wir im befragungsraum im vernehmungsraum den roten rubin einsetzen dann kriegen wir den usb stick und mit dem kann ich hier dann den pc einschalten und dann kriege ich hier die lightning hog aber jetzt müssen wir erst mal wieder in die haupthalle zurück der haupthalle zurück und dann da heißt da rennt der rum und ist der rennt aber immer rum das wäre nicht schlecht wenn man dies war dann wackelkopf nicht wäre nicht schlecht wenn man den beseite liegt weil der arme kollege rennt darum das können wir noch mal speichern was brauchen wir denn weniger blendkanate wartet das können wir mal weghauen erste hilfespray rennkanate messer hinten munition bis dahin munition habe ich jetzt zwei messer kann man die nicht kombinieren ne kann man nicht kombinieren äh kurbel brauchen wir oder erstmal dann können wir sparen soll ich jetzt neu sparen wie viel sparen na gut freunde so kommt der kollege wir haben gespeichert und hier unten erstmal alles weg hier und jetzt müssen wir oben da die kurbel einsetzen oder also Wartezimmer Wartezimmer genau Wartezimmer und dann da die kurbel einsetzen oder kunst haben wir genau also gespeichert haben wir ich mag nicht mehr ich muss heute noch nachhilfe geben um 10 uhr habe ich gebe noch nachhilfe gehe ich jetzt links rum oder gespeichert haben wir gespeichert haben wir also ich habe jetzt drei rakunenfiguren ich habe sie ja vorhin aufgezählt gell also eine im stars büro eine im schießstand unten im tiefgarage und eine in dem pausenraum 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 nebenan so und jetzt müssen weil jetzt kommt die nächste sagt da jetzt dann jetzt müsst ihr da durch hoffentlich kommt einer und da jetzt einsetzen und dann kann man die wegwerfen heiß oh weia und ich muss aufs geruch oh oh uh speichern bitte ah da ist die wackelkopffigur warte da ist die wackelkopffigur also ähm rakunfigur eh ihr die treppe nach oben geht so treppe nach oben und was ist das für ein raum warte chefbüro wo ist denn da vernehmungs da brauche ich einen komischen schlüssel jetzt kann ich aber die kurbel wegwerfen sonst ist da nichts gell ah das war die vierte wackelfigur jetzt kann ich die kurbel wegwerfen bei roter haken so also warte auf die chefbüro links herztür verschlossen genau wie der vernehmungsraum ah das ist ja vernehmungsraum da muss ich die und und der unten ist auch noch verliebt warte chefbüro aha also kommen wir nicht rein da kann man nur da rein und unten ist auch noch zu warte kommen wir das jetzt testen oder warte damit ich sie nicht auf der karte habe kommt da einer wow 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 au ich glaube keine bretter mehr so jetzt kommt da rein jetzt haben wir das wenigstens auf der karte vernehmungsraum da kann man den rubin jetzt müssen wir das jetzt müssen wir da raus ah nee du düse verdammte scheiße verdammte scheiße ja ja hat der was vernageln haben wir nichts mehr wo sind wir da noch bretter jetzt nicht jetzt nicht also gut jetzt haben wir es wenigstens auf der karte gut gehen wir da hin da ist sicher da war der wackelkopf jetzt haben wir das wenigstens mal auf der karte und da kann man auch nicht rein also müssen wir rauf gehen steht da oder als in den dritten stock zu spazieren danach könnt ihr verschiedene vorkommen oh weia dann gehen wir rauf oder ah da sind bretter komm her bretter bretter jetzt können wir unten unten was vernageln hä da war noch kein was zum vernageln hier nicht oder? ne da unten kann man doch jetzt einen vernageln ah hey wie ist das? ah hey wie ist das? wie ist das? das kann vielleicht nie schaden siehste jetzt ist das halb x von abend hier das hätten wir vorher machen sollen na bitte weil der kommt jetzt wieder oder wird nicht na bitte na gut jetzt müssen wir oben rauf gehen da wollen wir gerade da wollen wir gerade wie ist das? komm her voll jetzt ist grün also voll da oh bitte komm her nimm es halt mit dem hut müssen wir nichts machen oder? genau jetzt haben wir zwei wege wie spät haben wir es denn 6 10 33 minuten noch ja dann machen wir da pause oder ok machen mal die kurze pause von der sause kommen nicht irgendwo speichern pause von der sause ok herzlichen dank und tschüss bis nachher